Der Sportchef, der dich am meisten beidrückt, heisst? Christoph Spiecher und früher war der grösste Vogel, der nachher jeder Klasse befasst. Der Weltbesttrainer ist? Für mich der Klopp im Moment. Motivation identisch. Für mich ist er eine Zukunft. Der Spieler, den du sofort nach Uster holen würdest, wenn du eine freie Wahl hättest, ist? Das ist schwierig. Ich kann keinen rauslesen. Uster ist zweitlich und da würde ich mir gar nicht so etwas erleben, einen international guten Spieler zu holen. Wer ist der beste Spieler weltweit für mich? Der Messi. Messi. Weil er hat alles. Ronaldo ist sicher auch gut. Für mich hat er Messi alles. Er wird aber sicher abgelöst vom Haaland in die Zukunft. Das Ziel des FC Uster in dieser Saison ist? Vorne mitmachen und aufzusteigen. Das sind Ziele, die wir uns gesetzt haben. Uster mit 34 grossen Einwohnern braucht auch Fussball. Und er muss Minimum erste Liga sein in vier Jahren. Mein Traum mit Uster ist? Aufsteigen im ersten Jahr und nachher einen Nachfolger suchen für mich. Mein bester Nachfolger beim FC Uster wäre? Der Speicher. Es ist schwierig für die Regionall-Club. Einen guten Sportchef. Mit Erfahrung, mit Beziehungen. Und das ist das Wichtigste als Sportchef, wenn du Beziehungen hast. Und mit den jungen Spielern noch einen guten Kontakt hast. Das Reiz von meinem Job im FC Uster ist? Was ich wirken kann. Was ich Ziele bestimmen kann. Und vorgeben. Und das hervorleben.